so die wäsche muss neu gewaschen werden ein bestimmtes kind freut sich sehr alles muss neu gewaschen werden wir machen das was eine katze halt so macht sachen auf den boden schmeißen sei dabei und freudig what the fuck geil hier war ich noch nie dem level guck mal wie viele bilder hier sind aber stimmt ich wollte nachgucken wie viele mir noch fehlen das mache ich gleich boah wie geil ist dieses level was zur hölle ich krieg die krise guck mal wie viele mäuse und alles das voller kisten oh mein gott das ist so cool was hast du für geile emojis geil oder auch gute emojis boah ey ich wage mich rein let's go let's go irgendwie hatte ich oh speed is max what the fuck what the fuck swat increase nice sind so abgleichs versteckt in dem ding das ist ja mega cool if you want me to speak english please say so in the chat it's no problem i can do it my english is very good no german accent at all ey dieses level ist so cool ich mag das voll wie so ein kleines schloss irgendwie prinzessin laika guck mal den schrank können wir auch aufmachen ein event was für ein event disco nice 200 mieten ja hier sind 200 verschiedene kratzer im spiel also nicht als playable characters sondern als fotos zum einsammeln kurz meinen links zu machen mir ist ein bisschen kalt irgendwie ich glaube ich habe die heizung nicht angemacht ach disco ist vorbei schade ich bin ja die bekannteste disco gängerin der stadt ich weiß es nicht lustig time to make a mess untitled cat game oh was ist das denn ach gucki tschüss genau ich muss wirklich viel wertvolle dinge kaputt machen das finde ich sehr gut ach hier ist ein schwert für rosa bitteschön oh guck mal hier können wir das kaputt machen das wäre ja so geil ich erinnere mich nicht mehr aber ich glaube das geht oh mein gott oh mein gott es kippt um wtf krass armes dino baby genau museen ich finde das irgendwie so komisch weiß ich nicht was da ausgestellt wird und wer wer die ehre bekommt da ausgestellt sein zu dürfen und keine ahnung wenn eine bekannte person irgendwie farbe auf dem bild kotzt dann ist es kunst und wenn ich das mache dann sagen leute oh ja lol was willst du denn dann machen wir jetzt zuerst platt so zack ui oh messer willkommen im boost game das ist ja nichts mit Katzen, deswegen passt das nicht in mein Konzept, das wäre witzig, wenn man es stimmt, oh Gott, oh Gott, wieso habe ich meine Ohren eigentlich nicht an, hallo? Ich glaube mein Schwein hackt. Oh, die sieht man jetzt gar nicht, die Kamera ist viel zu, muss ich mal höher machen, ach guck mal, da sind noch Bücher, dann mache ich die mal runter, ach und der Tisch ist ja noch gar nicht abgeräumt, Leute, nach dem Essen wird alles schön abgeräumt, bitte, ja? So, ich zeig euch jetzt mal, wie das geht, so und dann nimmt Mensch alles in den Teppich und rollt den auf und bringt es zur Mülltonne, so funktioniert Tischabräumen, dann lasst doch mal nachgucken, wie viele Fotos wir schon haben, Fotos, 186 von 267, okay, das heißt, das sind schiebend, 200 ist gar nicht alle Fotos, sondern dann sind noch 67, das heißt, mir fehlen jetzt noch, ich rechne natürlich jetzt total im Kopf, ne? Ich habe gar keinen Taschenrechner gerade aufgemacht oder so, 267 minus 186, 267 minus 186, 81 Fotos fehlen mir noch, what im Himmel, hm, ach guck mal hier, oh nein, ich finde so Katzen, so Sachen anziehen irgendwie nicht so cool, ehrlich gesagt, das finde ich irgendwie, okay, oh nein, armes Kitty, Musen, heißt die Katze, okay, lol, Kelly und Jessie, Captain Peanut, das ist ein guter Name, Kasimir ist auch ein schöner Name, ach guck mal, was ist die denn? Guck mal, die sind voll ähnlich aus wie Kitty, finde ich, die auch ein bisschen, ne? Ja, mir fehlen noch echt viele, ach guck mal hier, Earthy, das ist aber keine Katze, oder? Harley, Scarlet, mit Katzenhut, okay, Super Soldier, ach Tesla, hatten wir doch eben gefunden, das ist ein Kogi, oder? Oh, süß, oh, wie süß ist die denn? Doktor Molly Pringle-Bruhl, manche Leute haben so gute Namen für die Katzen, Myspace, Myspace ist sowas von Objects, was ist das? Ach guck mal, da kann ich gucken, wie viele ich von welchem runtergeworfen habe, 1300 Achievements, ja, 20.000 Objects finden wir noch, ich habe 15.000, von was ich gehört habe, ist es besser, Sphinx Katzen im Winter, was ausziehen, ja, meine Mama hat so eine Sphinx Katze, genau, jetzt sind wir auf dem Friedhof, weil dieser komische Mensch einfach sich gedacht hat, ach wir gehen einfach mal weg, ich mache so ein bisschen Speedrun mäßig, also nicht so 100% Speedrun, aber ich versuche schon so schnell durchzurennen, habe ich nicht so Lust drauf. Ja, die Mäuse damagen uns natürlich, weil, ist ja klar, ne, eine Maus, die gehende Katze läuft, die macht Damage, das kennen wir aus dem echten Leben. Was an dem Spiel ziemlich süß ist, die Checkpoints sind so Kratzbäume, aua, hier, und die sind erst, erst sind die rot, und wenn du den aktivierst, dann wird die grün, die, die, die Bommel, das finde ich süß. Okay, die Musik ist da ein bisschen, das war nicht. Ach guck mal hier, die Katze ist sehr relatable, ihr werdet gleich merken, warum. It's not easy to enjoy happy moments, when you know that they are just transitory. Staying in permanent disgust is much more manageable. Nobody wants to hear my torture. I tried to share my pain, to talk about my permanent condition of depression, but I only saw cats that were easy to bribe. Sometimes I feel that life has no sense and I must do something to change it. Then I remember that I can't even change my nap time. There are only two worthwhile moments to be awake, breakfast and dinner. If you are not here to serve me one of those, you can leave. Ich finde diese Katze extrem relatable. Habe ich noch irgendwelche Off Twitch Nachrichten zum streamen? Schau mal. Wie Passwort ungültig. Fuck off. Oh, wie süß. Guck mal, sie putzt sich. Wie cute. Habt ihr das gesehen? Fuckin hell. Ich lese mal kurz was vor, was ich gerade geschrieben bekommen habe im Zug auf Kitty. Kitty. Kitty das süße Brot. Ah ja. Ja, Kitty liegt manchmal so mit den Pfoten so unterm Dings und sieht aus wie so ein Brot. Kitty in der Höhle. Ich habe so eine Höhle hier oben. Da lag sie gerne drin. Kitty auf dem Mauervorsprung. Ja, ich habe draußen so ein, sie ist manchmal am Fenster außen so lang gelaufen. Auf dem Fenster sind es. Von einem Fenster zum nächsten. Kitty auf dem Kratzbombenflur. Die Tapete. Ja, Kitty hat die Tapete sehr viel zerkratzt. Das wird jetzt bleiben. Das wird die Erinnerung an Kitty sein. Kitty, die Staubsaugung nicht mag und bei deiner Mitbewohnerin abhängt. Kitty ist weeeeee. Ja, sie hat immer so lustig mir auch so weeeeee. So süß. Ich sehe mich hier schon, wie ich fünfmal sage, noch einen Versuch. Speedrun. Auch einen Versuch mache ich noch. Ach, Rosa will es probieren. Ja, können wir auch machen. Hier ist aber klar, dass ich das nachher auf YouTube hochlade. Da bist du da. Aber wir können es auch dann. Ich kann doch die Kamera ausmachen, wenn du willst. Ja, für alle, die es noch nicht gecheckt haben, Rosa ist bei mir zu Hause. Nee? Danke. Musik Nice! Hype! Willst du es trotzdem noch probieren? Okay. Ach guck mal hier, Nora spielt auf dem Klavier. Süß. Ja und wen hatte ich hier gebastelt? Ja genau, die Katze. Hier, die hab ich. Ne, ach hier. Die hab ich gebastelt. Ich glaub die heißt Nala, oder? Ist doch die, ne? Ja. Ja, die mit dem Halsband. Mit dem D-Land-In. Ich mag die Musik voll. Die ist richtig cool. Die stream ist schon zwei Stunden. Krass, oder? Seid ihr schon eingeschlafen? Entschuldigung. Haha. Oh, hier ist noch was. Ich hab noch was geschrieben bekommen zu Kitty. Das lese ich mal vor. Ich erinnere mich auch an Kitty, als sie unter dem Kratzbaum lag und im Bad und nicht mehr gestreichelt werden wollte. Ja. Am Ende war sie sehr, hat sie sehr den Kontakt verweigert. Also, sie wollte nicht mehr gestreichelt werden und wenn ich sie doch gestreichelt hab, dann hat sie auch gar nicht mehr geschnurrt oder so. Also, sie hat sich halt sehr versteckt und zurückgezogen. Aber ist ja auch verständlich, aber ihr ging's einfach richtig schlecht. Da kann ich das auch verstehen, dass sie dann keinen Kontakt mehr wollte. Es war halt ein bisschen, ja, es war halt ziemlich traurig, weil ich wollte halt gerne Kontakt zu ihr, aber sie wollte halt nicht mehr. Und, ja, das ist dann halt so. Das ist so. Neulich ist mir in der S-Bahn was Süßes passiert, wo ich seit Wochen, seit Monaten von geträumt habe. Da war eine Person, die saß mir gegenüber und die hatte einen Totoro-Schlüsselanhänger am Rucksack. Und hat dann kommentiert, also zu mir und einer anderen Person, weil wir hatten beide unsere Katzenohren auf. Und dann meinte die Person, schicke Ohren, danke. Und dann hab ich das Totoro gesehen und war so, boah, jetzt ist meine Chance gekommen. Und hab der Person meinen Totoro dazu gezeigt. Und die Person war so, oh, das ist aber schön. Und dann haben wir über die Ghibli World in Japan geredet und dass die Person da schon mal war und so. Miau doch bitte noch mal. Ach da, unter der Bank. Hallo, kleines Kind, kleines Eumelkind. Awww.